Der neue Herd kocht nur noch bei 5 Grad Auch an der Mikrowelle haben wir wieder gespart Stellst ein Espresso rein und mit viel Glück Kriegst noch ein paar Minuten Kaffee als zurück Der Frau in Heils ist es unangenehm Der Mann hat ihr extra Geld dafür gegeben Es spricht die Hausfreund-Erklärungsnot Es war ein Sonderangebot Hauptsache billig, Hauptsache günstig, Hauptsache es kostet nix Aber wenn's nicht geht, schrei mal gleich CFX Hauptsache billig, Hauptsache günstig, eine Einschränkung Denn für eine Schucher haben wir's Geld dann schon Der Rauchmelder ist dein Gucci-Imitat Funktionieren tut er nur bis 25 Grad Auch am Feuerlöscher wird's dir sofort klar Denn auch da steht wieder Made im Kima Der Mann im Vollzug kriegt's net mit Bis er das Heier im Wandstang zickt Es erklärt der Mann in Atemnot Es war ein Sonderangebot Hauptsache billig, Hauptsache günstig, Hauptsache es kostet nix Aber wenn's net geht, schrei mal gleich CFX Hauptsache billig, Hauptsache günstig, eine Einschränkung Und den Führern gescheit rauscht Da haben wir's Geld dann schon Dem Ehemann fällt's wie Schuppen von den Augen Er kann seiner Hildegard net ganz glauben Drum fragt er die Hilde recht verdutzt Du Hilde, warum haben wir eigentlich fünf Kinder, obwohl ich immer ein Kondom benutze? Im Gesicht wird die Hilde plötzlich rot Auch die Pariser hat sie aus dem Angebot Hauptsache billig, Hauptsache günstig, Hauptsache es kostet nix Aber wenn's net hebt, schrei mal gleich CFX Hauptsache billig, Hauptsache günstig, die sind rein gespart Weil ein Mann mit fünf Kinder kein Geld mehr übrig hat Beide es bei uns, wenn es einfach nicht gut geht Das war nicht, dunkel, bei uns собственно Dann ist es auch nicht gut, wir haben eine Art und Weise Wolltich, Hauptsache billig, Hauptsache Bis dahin wird die Hilde, warum sein знает Und wenn's nicht gut geht, schrei mal nach